oder von japan einfach mal drauf gucken und bist du eigentlich immer noch hier in dem dorf wo bist du jetzt und weiterglauben ob irgendwie so komisch ist ja super wir haben uns jetzt verloren ich weiß wir finden uns schon wieder wir müssen irgendwo platz zum niederlassen ich komme zu das danke hilfreich das sind halt die andere art von influenza die denn also noch helfen influenza aber er versucht es nicht er ist es einfach geworden und hat das akzeptiert ja aber ich finde das viel zu riskiert so eine gehasste person genauso wie drachen leute im internet zu sein und man sieht es ja hat halt voll was abbekommen der anzeigen hauptmeister hat auch schon auf die fresse bekommen also es ist halt echt das stimmt aber beim anzeigen hauptmeister will den nicht jeder abfangen drachenleute ist natürlich so ein drachenleute ist einfach nur zum mien geworden weil er sich aufregt zu recht aber die leute das halt witzig finden dass er sich aufregt und dann haben sie es noch mehr gemacht und er er regt sich ja nicht auf sondern er ist ja so die anderen leute regen sich auf und er sagt einfach aber sie parken doch falsch womit er auch recht hat es ist ja einfach so die parken falsch aber es sind so kleinigkeiten dass halt jeder andere sagt ja uns halt noch durch so banale kleinigkeiten dabei größer und sachen denken die leute auch ja was parkt er da so dumm falsch das ist natürlich muss ja aber er zeigt ja auch an wenn er auf die fresse kriegt das nutzer ja direkt aus gut aber gut dann da bist aber schon wieder zurecht weil klar das ist schon wieder der nächste wo ich sage okay da der anzeige da leute jetzt in irgendeinem wenn die jetzt da fünf millimeter über den parkstreichen gehen der zeigt die dann an ja sag ich was bist du für ein keck lord ja ja klar aber das hat die anzeige komplett beide würde ich auch machen aber ich finde das ist ja auch eine art von reaktion genauso wie der drachenleute der sich aufregt aber das kommt ja erst aus der ja ich finde das unterschiedlich also es ist immer noch ein unterschied weil der reaktion ist ja auf eine ganz klare die wird in die fresse gehauen rachenleute regt sich auch weil die leute dumme sprüche machen und die steckt ja aber eigentlich immer weg die der anzeigen hauptmeister der sagt ja nur ja das ist ein vogel bist du ein spaß die parken halt falsch habe ich sie angezeigt der rätsel ja nicht darüber dass diese dumm reden ja da ist auch wiederum recht aber noch mal hier pennen gehen das ist ja wieder dunkel ja alles ja lass mich mal eben bett hier noch aussuchen und dann baue ich das bett auch ab er scheiß drauf digger da ist das bett hier liegt so ein leleck drin ja aber es gibt ja auch noch andere influenza die jetzt nicht so gehatet werden in dem fall aber wo ich dann auch so sachen wieder sage so ey du hast viel zu viel zeit zum nachdenken dass das mit dem sylt video keine frage können wir alle sagen das war absolut scheiße aber da war eine influencerin diese lola weipert ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast die hat ja nach diesem sylt video einen reel aufgenommen wo sie vor der kamera geheult hat und gesagt haben wir haben so viele scheiße getan in der vergangenheit und hat deswegen geweint was wie normal also ja ja wie hast du es jetzt verstanden die hat also die hat auf die reaktion hat die das video hochgeladen nein nein also die hat also die hat ein reel hochgeladen wo die geheult hat einfach weil wir deutschen so ein sylt video gemacht hat und weil sie sich so schämt für unseren für unser land und deswegen hat sie geheult und hat ein reel aufgenommen und hat dann gesagt es sei so schlimm und wir haben so viel schreckliches getan in der vergangenheit und es tut mir ja so leid dass wir so sind so und hat das dementsprechend dann dieses reel hochgeladen ja und ich muss sagen das ist ein bisschen too much also also klar das sylt video war absolut bockmist die leute die wurden bestraft fertig aber da fühle ich also ich persönlich fühle mich dadurch jetzt nicht schlecht so was soll das also ich meine das gute aus dem video ich bin aber aus dem realware diese das deutsche wort vergessen werden ist aus darauf aus die vergangenheit immer noch im kopf zu haben dass so eine scheiße passiert ist dass das nun mal dann unsere vorfahren waren die so eine scheiße gemacht haben ja aber das waren wir ja nicht nein das waren wir nicht aber dass die das ist das ist ja genau der falsche gedanke weil wir haben es jetzt schon erlebt was passiert wenn die rechten an die macht kommen nix gut nix gut und das aber im hinteren wieder hervorzurufen dass das schlecht ist ist ja nicht verkehrt ja aber das ist ja das ist halt dann wieder das ist das melken von dem gerade das ist gerade ein hot topic das müssen wir brauchen klicks richtig genau das ist doch einfach nur hier guck mal ich werde sohn 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 thema also ein französer wir bin mega werbefreundlich so so das ganze thema ich tue alles damit ich meine werbedeals gut krieg also also thema eigentlich gut focus von ihr komplett verkackt also ja das ja also ich weiß auch nicht und ich finde es auch richtig in den söhre dass die leute da die der 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 idioter den hitler gruß gemacht hat dass der auch entlassen wird und sowas alles aber da wurden ja auch leute entlassen die da einfach auch da zu sehen waren einfach nur weißt du da waren ja auch leute dabei die ja gar nicht richtig mitgemacht haben das problem dabei ist halt mit gefangen mit gehangen zu falschen zeit am falschen ort weil die aber auch nicht eingegriffen haben also hätte ja hätte eine moment hätte einer von denen gesagt seid ihr dumm oder was hört auch damit dann wegen das nicht passiert ja du aber einfach nur mit stehst und nichts tust ist halt so er du hast halt ist unterlassene hilfeleistung hat im motto der du hast du geguckt und gesagt ja da mache ich jetzt nichts gegen und ja ich verstehe ich verstehe auch dass man da nichts tut weil dann in dem moment wenn du jetzt da was sagen würdest in dem moment fliehst du raus und bist aus der location wo du eigentlich zugehören willst raus vielleicht auch aus der gruppe wo du eigentlich zugehören willst obwohl das eine schmutzgruppe ist aber ja da bist du raus und da was zu machen da brauchst du echt viel selbstbewusstsein ja aber ganz im ernst aber richtig ist es nicht richtig ist es nicht aber mal ein kleines beispiel zu nennen das ist nicht die einzige party wo sowas passiert also ich habe das ich habe das auf partys auch schon gesehen wo der song gespielt wurde und dass dementsprechend wo leute das dann auch so ins negative geremixt haben diesen song ja ja das habe ich auch schon live gewinnt da gehe ich nicht hin doch also das war das da habe ich das aber gesehen da gehe ich doch nicht hin und sag so ey leute was die hier macht ist scheiße ich gehe dann an einer bar und trinke mir ein aber ja ist vielleicht auch nicht das beste ja ich weiß nicht ob man den den veranstalter oder so von dem osterfeuer kennt oder irgendwie ahnung hat weil dann könnte man den immer noch sagen ey pass mal auf was machen hier für ein quatsch das ist nicht geil zu fremden zu gehen ja also das ist natürlich das ist auch richtig eigentlich ist auch richtig aber ich stelle mir dann halt vor stemmer vor du bist auf so einer party bis auf der tanzfläche weil du den song halt feierst das ist ja ein geiler song aber die versorgen richtig richtig und schon für du denkst da ab bist im hintergrund zu sehen weil du gerade da abdance willst aber den song halt so nicht geremixt hast die anderen aber du bist im hintergrund zu sehen was ist denn dann bist du dann auch teil des shitstorms weil man eigentlich ja weil das problem ist man sieht es nur aber du kennst die situation der vor ort ich weiß nicht wie laut die anderen das gehört haben keine ahnung das war schon recht weil du bist ja wenn du auf einer tanzfläche wie sie ist auch manchmal groß wenn es eine kleine gruppe ist und du bist selber mega im film würde ich fast sagen du bist voll am abdance dazu kriegst du es einfach nicht mit ja das ist natürlich mega kacke richtig so dann bist du mega mit drin gefangen ja ja das ist so ich habe also das ist das perfekte beispiel von dieser scheiße mit dem social media kram weil du bist halt nicht mehr für dich ich meine in diesem fall ist es super dass es aufgefallen ist dass sie auf die fressen kriegen aber es kann ja auch sein winter draußen ist glatt bürger geht einkaufen rutscht aus fällt hin und reißt sich womöglich die hose weil es glatt war irgendwer filmt das stellst in internet ja gerade bist du bist du die lachernummer der nation manche können es wegstecken andere nicht und dabei bist du einfach nur zum einkaufen gelaufen und irgendwer filmt ist und lädt es hoch ohne dir bescheid zu sagen da kannst du nichts gegen tun weil das passiert dann einfach weil die leute es ist bestimmt witzig anzugucken muss man sagen aber auch für außenstehende aber trotzdem wenn das hochlädt bisher für alle bist du vielleicht auch ein meme der meme der hinfällt sich die hose zu reißen so das willst du ja gar nicht das ist halt das schwierige an dem ding was das video gezeigt hat halt aber es gibt gute fälle wie ich schon sagte in dem fall dass es gut ist dass das auffällt aber es gibt auch solche sachen du gehst zum einkaufen ließ sie aus dem hallo reißen das ist nicht so geil wenn es dann ja richtig das ist dann halt auch scheiße und da gibt es ja auch nie sowieso wie dieser kleine junge dieser ich muss raus junge der ja genau es ist witzig aber für den das ist das kann also in meisten fällen geht das hat voll in der buchse dass der komplett gehänselt und und wir können dann richtig das ist dann schon richtig abfuck und ja aber ich stelle mir halt bei diesem video immer vor so etwas ist wenn du da im hintergrund abgedanzt hast und deswegen dein job verloren das ist es natürlich wenn es nicht mit kriegst absolut und ungerechtfertigt wenn es mit kriegst ja da müssen die unternehmen dann halt auch sagen ja auch so ja der sagt er hat nichts gehört dann können wir da nichts machen sieht halt auch kack aus situation das ist das beste was du machen kannst in dem moment ist halt wirklich einfach da weg gehen komplett weg gehen wenn du das richtig richtig einfach irgendwie bei den kameras rausgehen deswegen also ich bin da ja auch zur bar gegangen und von daher dass da passt das dann auch meiner meinung nach das ist es ist alles schwierig so dass jeder eine kamera mit in der hosentasche also ich verstehe mittlerweile warum früher konnte sich so zum affen machen auch eine hochzeit und es hat höchstens die hochzeitsgesellschaft mitgekriegt vielleicht existierten so ein paar fotos auf links aber das war halt der kreis der hochzeit und vielleicht noch einen kreis weiter dass ein paar bekannte das aber du wurdest wieder vergessen weil die hochfotos auch nicht so einfach vermehrt werden konnten jetzt explodierst du ja sofort kannst ja jetzt machen weil du ständig auf den ruf bedacht sein muss richtig genau das ist schon krass und wo du gerade hochzeit warst und das mit dem thema influenza zu verbinden ich habe auf instagram eine influencerin oder halt irgendeine deren real style gegangen ist oder so keine ahnung gesehen die so so ja es ist nicht schlimm wenn du das und das machst oder so und das hatte sie als hochzeitsedition und sie hat wohl bei ihrer hochzeit das so gemacht dass die gäste getränke coupons gekriegt hat jeder gast zwei getränke coupons gekriegt und konnte sich dadurch dann alkoholisches getränk organisieren was über diese zwei coupons on top geht müssen die selber bezahlen und die warst du ja das ist doch absolut normal mein gott hochzeiten sind teuer und da kann man ja auch sein sein teil zu beitragen und so ein scheiß also das ist das sinn einer hochzeit aber nicht verstanden also du machst das ja also erstmal ist natürlich um den bund.de zu schließen aber die hochzeitsfeier danach ja ist ja um mit deinen freunden verwandten und so zu feiern genau lädst ja ein damit die kommen um mit dir zu feiern richtig da kann man ihnen doch nicht sagen ja aber ihr müsst bezahlen damit ihr euch also das ist ja dann das ist ja dann eher eine öffentliche das ist eine veranstaltung das ist eine öffentliche veranstaltung dann einfach wo du auch irgendwie sagen kannst nein ich möchte da nicht hin also ganz du kannst das machen du kannst das machen ich finde es nicht gut aber du kannst das machen dann musst du aber auch akzeptieren dass leute sagen ich finde das nicht gut genau ich finde das nicht gut und ich komme nicht so dann musst du sagen ja okay verstehe ich das problem ist nur dass die dann sagen du bist ja gar kein richtiger freund richtig genau das ist das das ist halt ja aber ich bin ich bin halt auch auf dem punkt so wenn du einlädst dann darfst du den verdammt noch mal nicht noch geld für essen und getränke ausleihen und die hatten noch ein point es ist normal wenn man auf hochzeiten sagt es ist um zehn uhr abends ende weil sie am nächsten tag arbeiten mussten das ist halt dumm von dir das ist sehr schlecht geplant dass das finde ich auch also absoluter ich habe mich so über dieses wheel aufgeregt so ich verstehe wenn leute sagen so er wir wollen auf der hochzeit einfach nur standesamt machen und nicht feiern kann man irgendwie verstehen so im sinne von es ist schweineteuer er lasst das mit dem feiern sein ich bin auch nicht so der party typ punkt verstehen aber wenn du sagst wir feiern aber du musst für deine getränke zahlen und zehn uhr musst du das haus verlassen weil wir müssen morgen arbeiten also das geht nicht also thomas thomas dann würde ich nicht also wenn du heiraten würdest ich würde nicht auf deine hochzeit kommen wenn du diese regeln aufstellst ich würde ich bin auch also gut ich bin also der meinung bin ich auch dass man die leute halt nicht rausschmeißt wenn die feiern wollen dann sollen sie feiern zu einer gewissen zeit wenn du seinem vier sagst hey leute hier sind nur zwei ja ausmachen dann kann man aufstehen ja komm dann richtig dann macht dich kein kein problem drei vier uhr sind ja aber sonst leute wenn da noch 50 leute sind du sagst ey ich habe keinen bock mehr bis zu euch richtig ich muss morgen arbeiten das ist halt also nicht so geil das halt dann weiß ich nicht das ist dann halt null was besonderes mehr dann und damit machst du dich halt auch zum gespött das muss man halt auch sagen es ist es ist nicht okay es ist okay also der hintergrund warum die das ja machen deswegen diesem scheiß das ist teuer ja aber dann überlegt hier feuer ob du feiern möchtest oder ob du sagst nee ich möchte nicht feiern das ist mir zu teuer oder reduziere den kreis der leute die dabei sind richtig da musst du halt nur also du kannst nicht eben recht machen da sind halt manche nicht dabei ist so ja richtig und was er auch immer heiß umstritten ist so bei hochzeiten die dann halt schon so ein bisschen im vorgeschrittenen alter ist wo dann auch einige vielleicht schon kinder haben es gibt ja auch leute die heiraten und sagen kinder sind auf der hochzeit verboten ist auch ein wildes thema ich verstehe den point aber ja verstehe ich zu hundert prozent und wenn man ein bisschen mehr rücksicht darauf mitnehmen muss ja aber nicht nur rücksicht sondern kinder machen halt auch manchmal scheiße das ist so also du kannst es kann es nicht vermeiden dass dann mal in der kirche rumgeschrien wird oder beim hochzeitstanz das mit meinem kind auf der tanzfläche stürmt und damit mal seine show abspielt oder sowas dass das passiert dann halt also deswegen verstehe ich den punkt aber ich weiß nicht ob ich mich das trauen würde zu sagen ja jetzt damit indirekt alle aus die nicht die möglichkeit haben die zu oma und opa zu geben für den abend oder wem auch immer tante oder weiß nicht und nur so sondern die einfach keine möglichkeit haben dem irgendwen zu geben sondern wir müssen müssen dann ja halt sagen ja dann kann ich nicht andersrum ist das ja warum warum sagt man ich will keine kinder mit auf der hochzeit haben weil du halt wie du schon sagst eigentlich den perfekten abend oder so möchtest wo alles so läuft wie du es plant damit halt nicht sowas unvorgesehen ist wie kinder sind einfach unberechenbar da passiert halt alle werfen scheiß aber das finde ich halt auch dumm weil natürlich du musst den plan haben wie eine hochzeit wie du diese vorstellt so ja so und so wäre es schön aber diese momente die völlig random passieren ist doch eigentlich auch ganz geil bist in dem moment denkst du natürlich bohr irgendwie nervig und ein jahre später denkst du alter wie dumm war das denn irgendwie schon witzig macht die hochzeit auch wieder einzigartig ja das stimmt schon aber bohr würdest du würdest du es bei dir zulassen dass da kinder sind schwierig 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 ich wüsste es nicht bin ich dir ganz ehrlich ich wüsste es nicht ich sehe da nicht ist ja dumm du lädst halt dann die auch wieder aus die dann nicht mitkommen die wie gesagt die das dann nicht machen können ja schon auch wieder rum oder die dann halt die halt gerne mitnehmen es gibt es gibt ja aber es soll ja auch kinder geben die sich da nicht immer benehmen soll ja auch die vielleicht sogar richtig mitfeiern wo du sagst ey war richtig cool dass er dabei war weil das der kleine timi hat mit seinen zwölf jahren eine ganze flasche wodka ja das meinte ich nicht aber vielleicht hat er einfach bessere dance muss drauf als du und rock die tanzbleche ja das oder alkohol das möchte ich ja auch nicht ja vielleicht willst du aber dass er irgendwie den onkel olaf der dumme dance muss einfach aussticht und alle sagen boah timi alter der das ist unser titel für heute die kleine team ist besser drauf als onkel olaf das muss ich das muss ich hier mal kurz aufschreiben also ja doch gar nicht nachvollziehen aber ich weiß nicht ob das im chat bleibt deswegen fotografie ist mal kurz ab so also ich weiß nicht du denkst wenn wenn nur ein kind ist da wäre ja scheißegal dem wird langweilig und das wird wahrscheinlich am ehesten irgendwie quatsch machen als wenn da eine ganze gruppe von kindern sich selber beschäftigen möglich wenn du wenn du draußen feierst dann rennen die den ganzen tag draußen rum und sind abends eh müde ja das stimmt so das stimmt aber ja gut dann sind die eltern aber auch recht also früh weg ne ja okay was ist besser dass die früh weg sind oder gar nicht jetzt kommt ja 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 früh weg ist besser als gar nicht kommt so also deswegen das das ist aber ich würde ich würde das ist aber ich würde ich würde da kein problem Vielen Dank.